Diakort, der vierjährige Sohn des Diaron aus der Sky von Staccato und Cornet Obolensky. Dieser sportive Youngster, vom Diarado-Sohn Diaron abstammend, der im Hause Schockemöhle selbst Bundeschampion war, Doppel-Bundeschampion sogar, inzwischen Seriensieger international auf 1,45 Niveau, dort eine Nullrunde nach der anderen dreht und mit seinen ersten Jahrgängen auch vortreffliche Youngster gezeigt hat. Man denke nur an den Rekord-HLP-Sieger Diablo. Auf der Mutterseite hier auch sehr schön abgerundet mit Staccato und Cornet Obolensky, zwei wirklich vortreffliche Vererber, die im internationalen Springsport immer wieder mit hervorragenden Nachkommen aufwarten. Diakort ist ein Pferd, was begeistert durch Athletik und Kraft, auch ein sehr gut entwickelter Hengst, bereits schon zu seiner Körung. Er ist in der Arbeit unter dem Sattel mit guten Rittigkeitseigenschaften ausgestattet und in Kombination mit den guten Leistungsmerkmalen hat ihn das zur Hengst-Leistungsprüfung im 50-Tage-Test in Neustadt-Dosse zu einer der vordersten Platzierungen geführt. Er konnte dort mit 8,41 die Leistungsprüfung abschließen. In diesem Jahr wird er unter dem Sattel von André Stude auch die ersten Turniersportprüfungen absolvieren. Im letzten Jahr war er durch die Züchter sehr gut frequentiert und wir freuen uns jetzt schon auf die ersten Fohlen von ihm in diesem Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.